Warte zu YouTube, willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute öffnen wir diese wunderbaren, mysteriösen Black-Bündel-Kisten, die mit dem Black Friday gekommen sind, oder eher gesagt, eine Woche danach, äh, davor. Wir werden jetzt davor kurz nochmal diese zwei Shakatu-glänzenden Kisten öffnen, dann diese Beutel öffnen und dann noch am Ende den Token machen, den ich vorhin gedruckt bekommen habe, bei Quint. Wir machen erstmal eine. Ach, jetzt kommt der kommt direkt. Okay, Leute, erste Kiste, wir haben Bündel. Wir machen die Bündel ganz am Ende auf. Die Bündel ganz am Ende. 300 garantiert, was haben wir hier? Segen des Altmunds, 15 Tage. Bro, das ist krass. 10 Euro ist quasi jede Kiste. Wir haben in der ersten Kiste Bündel-Kronstein, 300 Kronen-Big. Junge, was sind das für Kisten? Nächste Kiste, seid ihr ready? Ausbaukiste, das ist noch Outfit. Ist das ein Outfit? Oh Gott, Mann. Also das ist krank. Das ist gerade krass, Leute. Wir machen die ganz am Ende auf, die Kronen-Stein-Dinger. Das ist krass. Leute, nächste Kiste. Junge, wie carried bin ich? Okay, das war ein Arsch. Das war ein Arsch. Okay. Und wieder... Junge. So gut, so gut, so gut. Das ist casual Kiste. Das ist richtig casual und kacke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir warten auf den Drop. Wir warten auf den Drop. Also, aber trotzdem. Also, wir haben noch 3.980. Wir können theoretisch noch ein bisschen, ne? Gucken wir uns hier nochmal drei Stück. Oh, nochmal. Fünf Quellen. Noch fünf Kisten. Also, nachher mal sehen, was wir aus diesem... Wir können hier 2.000 Krons rausbekommen, ne? Oder 1.000. Das sind 3B, Bro. Abfahrt. Ah, nee. Ich dachte, ich hab grad... Der... Der baitt grad hier oben. Ich dachte, ich hab jetzt das Krasse rausbekommen. Aber trotzdem. Set Klassiker. Übel gut. Ich dachte, aber es wär überkrass, weil hier oben was wär. Aber es ist trotzdem gut. Ich beschwärme mich nicht. Flasche. Flasche. Okay. Halbe Flasche. Letzte Kiste. Oh mein Gott. Flasche. Okay, Leute. Also. Was haben wir vollends bekommen? 3.900 Krons. Fünf Event-Dinger. Fünf von diesen Bündeln aus 13 Kisten. Segen des Alten uns 15 Tage. Set Klassiker-Kiste. Also, wir haben nicht die Gigasche bekommen, okay? Und Auswahlkiste. Wir machen jetzt die Kron-Bündel auf. Jetzt brauch ich aber zahlen. Jetzt brauch ich zahlen, meine Damen und Herren. Jetzt brauch ich zahlen. Okay, er freut sich nicht. Okay, er freut sich nicht. 12, 15. Er ist noch 12. Er freut sich nicht. Oh mein Gott, das war ein Jigafler. Er freut sich wieder nicht. Ey, ich kotze. Haben wir nur noch... Wir haben noch eine Kiste. Django, komm, deine Zahl nochmal. Er freut sich wieder nicht. Oh mein Gott, Bro. Okay, das ist auf jeden Fall die Ausbeuse. Das waren jetzt 83 Euro umgerechnet. Nee, sogar noch mehr, weil ich ja 13 Kisten hatte. Das ist krass. Achso, ich krieg alle drei. Hot-Heads-Paket, Segen-Kammer-Silvia. Bro, für fünf... Also, das ist wirklich... Keine Ahnung, besser geht's nicht. Aber wir haben ja noch den Token. Wir haben ja noch den Token. Wir können hier noch geilen Scheiß bekommen. Leute, jetzt Token öffnen. Vielleicht kriegen wir da ja noch was Gutes. Abwart. Ja, zu glück ist das. Ich hoffe, wir kriegen halt hier keine Gigaflasche. Wie war das nochmal? Ich glaub, drei Räume können wir machen. Zweimal weißen Raum muss ich jetzt machen. Und dann einmal egal welchen Raum. Und dann kriegt man am Ende nochmal Big Loot. Man muss jetzt hier den Token-Pack machen. Dann kommt irgendein Minigame. Und umso mehr man da in einem Minigame macht, desto mehr Kisten kommen auch. Und da kommen, glaub ich, auch schon Debo. Nein. Dann nochmal minus 50 Perlen. Let's go. Aber scheiß drauf. Alter, das ist krass, dass ich hier gestorben bin. Ah, das ist das mit diesen Wölfen. Naja, umso mehr Wölfe ich jetzt kill, desto mehr Kisten kommen dann auch am Ende. Oh, Bro, ich hab keine Mana. One Mana Pot. Blul. One Mana Pot. Komm, Debo-Ring. Abfahrt. Gönn wenigstens drei. Das letzte Mal, als ich Token geöffnet habe, hab ich dickste Flasche bekommen. Dickste Token-Flasche. Oh, Flasche. Oh, ich muss noch Arcane gucken, Leute. Leute, sehr anscheinend. Hä, was, was? Die erste Uhr ist geschmolzen. Hast du die erste Uhr geschmolzen? Was labern die? Hä? Hä, ich dachte, ich hab das Zeitpunkt so lange, wie ich den Buff hab. Okay, ich wollte gerade sagen, 20 Minuten. Was, was? Nein, die Felder, die Felder. Da muss ich rein. Muss ich rein. Flaschen-RP. Komm, jetzt. Gönn. Gönn. Oh, Mann, Junge. Äh, ich trinke wieder nur Flasche. Das kann doch nicht sein. So, und in dem Raum, äh, kann jetzt auch nochmal, kommen jetzt auch nochmal Kisten. Und dann kommt nochmal der Big-Gibaway-Raumgefühl, ne? Also, ich glaube, das erste Mal hab ich drei Ringe bekommen. Beim zweiten Token bisher nur zwei. Und bei dem jetzt KIKO-Flasche bekommen. Ja, okay. Oh, Lens ist ja easy peasy. So, was muss ich jetzt wieder machen? Ah, die Spuren. Digga, das mag ich gar nicht, gell? Das ist so kacke. Okay, jetzt. Komm. Gönn jetzt. Gönn jetzt. Oh. Ey, das kann nicht sein. So, Leute. Letzter Raum. Abfahrt. Da muss jetzt einfach nur Debo-Ring stehen. Mehr muss da gar nicht stehen. Mehr muss da gar nicht stehen. Ah, ich hab ihn bekommen. Ich hab ihn bekommen. Let's go. Let's go. Es sind mindestens drei. Geil, geil, geil. Es sind mindestens drei. Ja, Digga. Noch einen. Es sind vier. Vier Stück. Vier Ringe, Leute. Holy shit. Let's go, Alter. Leute, das war's vom Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video oder beim nächsten Stream. Stunden ist nicht live. Kommt gerne vorbei. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das Opening gefallen hat. Was ihr zum Thema Pay-to-Win meint. Oder, ja, wie ihr die Boxen findet. Es ist Scam oder Halbscam. Ich weiß es nicht. Es sind schon wenig Belohnungen, sag ich mal, für das Geld. Aber ich hab ja nicht die dickste Flasche bekommen. Von daher, Alter Ryan. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020